Ich hänge hier am See an und lasse einen lieben Glocken mit ihm sein und warte darauf, dass Stefan, alter Sack. Stefan, hier bist du. Du musst ja nur noch Haut und Knochen. Alle suchen dich. Hä, wieso? Na ja, du warst jetzt fast zehn Jahre lang weg. Es wird mal Zeit, dass du wieder was machst. Ich mach doch was. Nein, ich meine irgendwas mit Musik. Hab ich schon. Eine geile Show. Hab ich schon. Kanzlerduell. Hab ich schon. Okay. Aber es muss doch noch irgendwas geben, was du gerne werden möchtest. Influencer. Influencer. Wie viele Follower möchtest du haben? Wie viele hat denn hier Pamela, wie heißt sie? Pamela Reif. Ja, von mir aus auch die. Wie viel hat die? Neun Millionen. Pass auf, wenn ich neun Millionen habe, verspreche ich dir, dann mache ich wieder was. Fitnessvideos? Von mir aus auch Fitnessvideos. Okay. Aber was ist, wenn es nicht klappt? Dann muss sie weiter Fitnessvideos machen. Okay. Wie viel Zeit habe ich? Drei Tage. Drei Tage. Drei Tage. Drei Tage? Exakt. Alles klar, ich kümmere mich. Tschö. Tschö. Mach keinen Scheiß. desde mal bis dahin.